Hi, schön, dass ihr wieder reinschaut. Ja, heute geht es dann jetzt weiter, beziehungsweise direkt im Anschluss. Ihr seht, ich sehe gleich Ausgleicher-Hintergrund. Wir drehen das jetzt in einem Rutsch weg hier. Jetzt geht es nämlich weiter mit den Büchern, die ich im September gelesen habe. Und auch der September hatte ein paar sehr, sehr starke Bücher, aber auch ein paar sehr schwache. Da kommen wir jetzt zu. Also gestartet hat der September bei mir mit einem Re-Listen. Und zwar habe ich von Simon Beckett, Die Chemie des Todes, nochmal gehört. Genau, und hier geht es ja, ich weiß gar nicht, ob ich euch das noch sagen muss, das ist ja die David-Hunter-Reihe, der erste Band davon. Hier geht es um David Hunter, der eigentlich ein forensischer Anthropologe, das ist die Spüle, Anthropologe ist, der sich aber zurückgezogen hat, weil ein ganz schlimmes Schicksal ihn ereilt hat und er alles verloren hat, was ihm lieb und teuer war. Und er sich deswegen zurückgezogen hat in ein kleines Örtchen und jetzt als niedergelassener Landarzt einem alten Kollegen unterstützend unter die Hände geht, unter die Arme greift, unter die Arme greift. Ich glaube, so ist das Sprichwort. Unter die Hände geht. Keine Ahnung. Ja, passieren dann irgendwann in diesem Städtchen kuriose Morde und seine frisch verliebte Freundin, kurz davor Freundin, man weiß es nicht so richtig, also die beiden sind schon sehr intensiv am Anwendeln und diese Freundin Jenny wird dann plötzlich auch von diesem Komplott da entführt. Und wie es in so kleinen Städtchen so ist, auch wenn David schon mehrere Jahre dort als Arzt für die Menschen tätig ist, fällt der erste Verdacht sofort auf ihn, auf den Fremden. Und das fand ich irgendwie so gut gemacht, weil das so widerspiegelt. So wäre das hier in meiner Gegend auch, hier in der Eifel. Da bleibst du ewig der Fremde, wenn du auch irgendwo zugezogen bist. Dann bleibst du immer der Zugezogene. Und so geht es ihm dann hier halt auch und er erlebt sehr unschöne Dinge. Ja, ich glaube, man kann hier schon richtig von einem Mob sprechen. Angeführt von dem Dorfpastor. Und ja, wie er dann da wieder rauskommt aus dieser Nummer und wer dann auch hinter den Morden steckt, finde ich, das macht Simon Beckett ja auch immer grandios. Mega gut, mega spannend. Und ja, und ich liebe es an seinen Geschichten, dass er mich so richtig aufs Glatteis führen kann, dass er mir so ein richtig wohliges Gefühl geben kann und ja, sich dann plötzlich herausstellt, dass genau das der Fehler ist. Und das mag ich. Also das mag ich richtig an Thrillern. Das macht es für mich auch aus. Ja, also auch beim zweiten Reread war ich auch wieder erstaunt. Das Ganze ist lange her, dass ich das gelesen habe. Ich würde mal tippen, mindestens zehn Jahre, wenn nicht noch mehr. Die Mia wird ja schon acht. Also es muss noch länger her sein. Und dementsprechend konnte ich auch überrascht werden. Denn ich wusste, das grobe Ende wusste ich noch, aber es gab so ein paar Feinheiten am Ende, die mich dann doch wieder, wo ich nicht, da musste ich miträtseln. Da dachte ich, ah, wie war das denn jetzt nochmal? Ja, das hat auch beim zweiten Mal lesen großen, großen Spaß gemacht. Dann ging es weiter mit einem Buch, das habe ich auch hier liegen. Das war auch ein Rezi-Exemplar aus dem ATB-Verlag. Jetzt ist hier ein Aufkleber und dann auch noch falschrum aufgeklebt. Geht ja mal gar nicht. So. Und zwar ist das das Buch von Anne Stern. Drei Tage im August. So sieht das aus. Total hübsch. Hübsch aufgemacht, auch mit dem Buchschnitt. Und hier habe ich mir eine locker, ich halte es mal so, das ist, glaube ich, bequemer. Ich habe mir eine locker, leichte Geschichte versprochen und habe hier eine Geschichte auf zwei Zeitebenen bekommen, die sehr, sehr tiefgründig und auch inhaltsreich war. Also wir sehen, das Büchlein ist jetzt nicht so besonders dick. Also 352 Seiten. Und hier geht es um Elphi, die irgendwie anders ist. Man kann es nicht definieren. Ich weiß nicht, ob es vielleicht auch eine Art von Autismus ist. Ich kann es nicht greifen. Aber man merkt es. Man merkt es auch schon beim Lesen, dass sie anders ist. Sie hat ihre eigenen Werte, ihre eigenen Prioritäten und sie braucht ganz, ganz dringend auch immer ihren strukturierten Tagesablauf. Also das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und sie hat auch andere Träume und Vorstellungen für ihr Leben, als das von ihr erwartet wird als Frau. Und wir befinden uns hier im Jahr 1936. und sie ist Mitarbeiterin einer Schokolaterie und ist bekannt für ihre guten Ideen, für ihre Kreativität. Und sie arbeitet gerade an einer neuen Pralinenvariante und kommt bei ihren Nachforschungen der Firmengeschichte auf eine ähnliche Variation und stolpert dann auf diese besondere Verpackung, die damals, also das ist Jahre her, und damals sind die Pralinen in einer ganz besonderen Verpackung verpackt worden. Und zwar mit einer Frau auf dem Schokoladenpapier. Und ja, dann kommt es so, dass wir durch diese Pralinenvariationen auf eine ganz, ganz tolle Liebesgeschichte stoßen von Madame Comté, die über der Pralinerie, na, sagt man so, Schokolaterie wohnt und die auch regelmäßig mit Pralinen beliefert wird. Und mit der führen wir dann, ja, ziemlich intensive Gespräche und das hat großen, großen Spaß gemacht. Aber das ist nur ein Strang der Geschichte, denn ich habe ja eben schon erwähnt, das Ganze spielt im August 1936. Das heißt, das Nazi-Regime ist auf dem Vormarsch und wir befinden uns mitten in Berlin, ja, so ein bisschen dann auch im Brennen, im, wie sagt man, im Brennkessel. Oh Gott, ich habe echt Wortfindungsstörungen in der Hitze des Geschehens. Wisst ihr, wie ich meine? In, ja, in der Glut. Wir stecken in der Glut. Und auch Elfi hat einen sehr, sehr guten Freund mit jüdischer Herkunft. Und das ist dann so die andere Geschichte, die großen Spaß gemacht hat, wenn auch mit sehr viel Wehmut. Und das habe ich bei diesem Buch so nicht erwartet. Es sieht halt nicht nach, nach zwei so schweren Thematiken aus. Aber es hat großen Spaß gemacht. Es waren zwar sehr schwere Thematiken, die schwer zu verdauen sind, die aber, ja, irgendwie durch den, durch den Schreibstil besonders verdaulich irgendwie geschrieben wurden. Also das hat, das war trotzdem ein unterhaltendes Buch, was man so wegsnacken konnte. Also das hat wirklich großen, großen Spaß gemacht. Denn, das hat auch fünf Sterne bekommen, wenn ihr da in diese Richtung mal etwas lesen wollt, was nicht so, ja, was einen nicht so erdrückt. Es gibt ja viele Geschichten auch um den Zweiten Weltkrieg. Da ist man nach dem Lesen so richtig erdrückt. Und man hat hier schon so ein beklemmendes Gefühl, aber es ist nicht so, es nimmt nicht so die Überhand. Also man kann es trotzdem, ja, als Wohlfühlbuch will ich jetzt auch nicht unbedingt sagen, aber man, ja, man kann es ohne diese tonnenschwere Last lesen. Ich lasse es jetzt einfach mal so stehen. Ich verstricke mich hier in meinen Worten. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Vielleicht habt ihr es ja auch schon gelesen und bestärkt mal meine Meinung in den Kommentaren. Oder vielleicht ging es euch auch ganz anders. Lasst es mich mal gerne wissen. Das finde ich sehr spannend. Ja, und dann habe ich einen richtigen Flop gelesen. Also einen wirklich richtigen Flop. Und zwar auch noch in einer Leserunde. Und das auch noch mit, ja, zwei lieben Menschen, denen ich das Buch geschenkt habe. Oh, das war dann natürlich doppelt bitter. Es geht hier um Elina Penner mit dem Buch Nachtbären. Das ist aus dem Aufbau Verlag. Das hat 248 Seiten. Und es geht hier um Nelly, die als kleines Mädchen von Russland nach Minden kommt. Und ja, zu der Zeit, als wir das Buch anfangen zu lesen, befindet sie sich in einer sehr unglücklichen Ehe mit Cornelius. Und man hat so das Gefühl, ich habe nicht so, also ich habe es abgebrochen. Ich glaube, ich habe 100 Seiten gelesen. Und in diesen 100 Seiten bekommt man aber schon mit, dass man ein, oder dass sie ein sehr, sehr tristes Dasein führt. und sich auch irgendwie so sehr ihren trüben Gedanken hingibt und auch so ein bisschen in so ein sarkastisches Selbstmitleid verfallen ist irgendwie so. Und das war so was, auf dieses Gefühl hatte ich beim Lesen überhaupt gar keinen Bock. Also das fand ich richtig mies, also dieses Gefühl. Ich wollte dieses Gefühl gar nicht haben. Und dann lese ich drei Seiten in diesem Buch und dann war es schon wieder da. Und das hat mir einfach keinen Spaß gemacht. Dann kam hinzu noch die Sprache, die ich als sehr, sehr derb empfunden habe. Zu derb. Und das will schon was heißen. Ich mag das eigentlich. aber das war so gewollt. Und das war so, als wenn sie mit aller Macht schockieren will mit diesem Buch. Und das fand ich dann so ätzend. Also das hat mir kein gutes Gefühl beim Lesen gegeben. Und zudem kam dadurch dann auch Nelly als Protagonistin als sehr, sehr unsympathisch und plump rüber. Also die war so richtig, wo man so dachte, boah nee, also mit dir hätte ich auch keinen Bock mal da einen Kaffee trinken zu gehen oder so. Da hatte man einfach, man hatte einfach keine Lust auf die. Ja, so blöd sich das anhört. Ich habe mir irgendwie von dem Buch erhofft, so ein bisschen mehr über die Herausforderungen und die Probleme bei der Suche nach einem neuen Zuhause zu lesen. Also wisst ihr, ja, sie sind ja auch irgendwie, oder das ist ja so, früher im Krieg sind ja quasi Deutsche nach Russland geflüchtet und haben da, ich weiß nicht, zwei Generationen in Russland gelebt und sind ja dann wieder nach Hause zurückgekommen, nach Deutschland. Aber hier hat sie keiner mehr als Deutsche angesehen. Aber in Russland waren sie ja auch nie als Russen akzeptiert, weil das waren immer die mit den deutschen Vorfahren. Und da hätte ich gern was drüber gelesen, über diesen Konflikt, den man dann hat vielleicht, wenn man sich gar nicht wirklich zugehörig fühlt. Und wenn man, egal wo man lebt, wenn immer mit dem Finger auf einen gezeigt wird. Also so, das hört sich jetzt sehr dramatisch an, aber ich dachte, es ging mehr um diese Probleme und Herausforderungen. Ja, das hätte mich jedenfalls auch sehr interessiert. Und jetzt haben wir da irgendwie ja nix halbes und nix ganzes so bekommen. Ja, ich weiß nicht, vielleicht wenn ich es zu Ende gelesen hätte, vielleicht wäre dann noch expliziter auf diese Problematik eingegangen worden. Aber in der Art und Weise, wie sie es dann gemacht hat, hatte ich dann da auch keine Lust drauf. Also ja, es gab mir einfach kein gutes Gefühl beim Lesen. Genau. Und dann habe ich noch ein Buch gelesen, das war auch mal aus einer anderen Perspektive für mich. Und zwar von Marco Balzano Wenn ich wiederkomme. Das Buch habe ich auch hier liegen. das war ein Rezensionsexemplar aus dem Diogenes Verlag und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das hat von mir auch fünf Sterne bekommen. Das hat 320 Seiten, ist also auch relativ gut wegzulesen und ist dabei auch sehr, sehr spannend. Es geht nämlich hier um Daniela und Daniela arbeitet hier in Deutschland als Pflegerin und ja, zeitweise auch Kinderfrau, also je nachdem, was sich da so auftut. Und lässt dafür ihren Mann und ihre Kinder in Rumänien zurück. Und ich weiß nicht, wie das bei euch so ist, wo ihr so wohnt. Hier bei uns in der Eifel sagt man halt, wir holen für den Opa, den Vater, den Onkel, je nachdem, wer schlecht dran ist und pflegebedürftig ist, wir holen eine Polin ins Haus. Das ist hier so Gang und Gäbe. so kenne ich das hier und so ist es in Italien, sind es da wohl die rumänischen Frauen. Also alles Frauen aus Osteuropa, die dann hier für unsere mitteleuropäische Welt das Pflegepersonal stellt. Ich fand das sehr, sehr aufwühlend, weil das mal aus einer sehr unbequemen Sicht gezeigt wird, weil hier kommt nicht nur Daniela zu Wort, sondern hier kommen auch Danielas Kinder zu Wort und was das eigentlich mit den Kindern in Polen und in Rumänien macht, das steht auf einem Blatt, was man hier in Mitteleuropa gar nicht sehen will, was gar nicht betrachtet wird. Ja, mir ist dazu ein Gedanke im Kopf rumgeschwägt und zwar Pflege in einer Welt, wo es keine Zeit mehr füreinander gibt, wobei Zeit miteinander doch eigentlich das Wichtigste ist. Das war so der Satz, den ich mir nach Beenden des Buches von der Seele schreiben musste. Wir haben keine Zeit für unsere Angehörigen und für die Pflege der Angehörigen, weil wir haben ja einen stressigen Alltag, wir müssen arbeiten. Mittlerweile ist es ja auch wirklich so, dass beide arbeiten müssen, beide Partner, eine alleine bekommt, dass die ganzen finanziellen Herausforderungen nicht mehr gestemmt. Ja, und somit bleibt ja schon für unsere Kinder zum Teil keine Zeit. Wir fangen schon sehr, sehr früh an und geben die Kinder zur Tagesmutter in den Kindergarten, dann kommt die Schule. Versteht das nicht falsch, ich habe meine Kinder auch zur Tagesmutter gegeben, weil ich nach einem Jahr, nach zwei Jahren wieder arbeiten gegangen bin, aber es ist halt ein sehr großer Umbruch, der bei uns stattfindet, bei uns allen gerade und ich hatte da noch sehr intensive Gespräche, auch mit meiner Oma drüber, zu deren Zeit, dass halt alles noch ganz, ganz anders war und das können wir ja auch nicht leugnen, das ist ja einfach so, wir sind hier gerade in einem Umbruch und da sind solche Themen halt sehr unbedacht, das steht gar nicht mit auf dem Plan, dass dann vielleicht auch mal jemand krank wird, was ist denn dann, das schmeißt dann alles durcheinander und wirbelt den ganzen Tagesrhythmus durcheinander, obwohl das etwas ist, womit wir alle rechnen müssen und trotzdem ist es eine sehr unbequeme Frage und ja auch eine sehr unbequeme Angelegenheit ich ja das ist auch so ein Thema, da gibt es auch kein richtig und kein falsch wenn man sich anguckt, was hier in manchen Pflegeheimen los ist, da ja fühlt man sich dann auch nicht wohl, wenn die Angehörigen da untergebracht sind, es ist ein sehr sehr schwieriges Thema, was aufrüttelt, was unbequem ist, was weh tut und was jetzt noch mal mehr weh tut nach Lektüre dieses Buches, weil man halt auch eben die Kinder jetzt hat sprechen hören, ja, die sich komplett im Stich gelassen fühlen, ne, ja, also ich fand es sehr, sehr, es hat genau, glaube ich, das getan, was es möchte, ja, es hat mal die unbequemen Schuhe tragen lassen, die man sonst in den Schrank stellt und sich nicht weiter mit beschäftigt, so will ich es mal stehen lassen, ja, wenn ihr da mal Lust habt, euch mal ein paar Blasen zu holen und euch mal so ein bisschen, ja, mal ein bisschen anzuecken, dann kann ich euch das sehr empfehlen, es lässt einem auch, ja, manche andere Sichtweisen eröffnet es einem nochmal, genau, ja, und das waren jetzt auch die Bücher, die ich im September gelesen habe, ich habe mich jetzt gerade dazu entschieden, ich habe noch drei Titel im Oktober gelesen, die machen wir jetzt mal direkt noch mit, dann haben wir nämlich die Lesemonate mal im Kasten, dann haben wir das mal abgedreht, ich suche mal gerade hier meine Mitschriften, das und das und das genau, so, kleiner Perspektiv wechsel und zwar musste ich hier jetzt mal aus diesem riesigen Stapel drei Bücher raus klamüsern, das erste Buch, was ich im Oktober gelesen habe, war das hier, von Neil Schusterman Game Changer, das war ein Rezensionsexemplar aus dem Fischer Verlag und hat mir sehr gut gefallen, jetzt habe ich irgendwie meine Mitschriften verlegt, sehr organisiert bin ich hier, ja, das Ganze hat 416 Seiten und hier geht es um Esch und Esch katapultiert sich durch einen Sturz in eine andere Dimension und das, was er im Hier und Jetzt manchmal so sehr vermisst hat, so im Mittelpunkt zu stehen, das ist in der anderen Dimension so, denn Esch ist in der anderen Dimension der Mittelpunkt des Universums und er kann Dinge beeinflussen, unbewusst beeinflussen, aber er tut's und in dieser anderen Version sind nicht alle Gegebenheiten so wie in unserer Welt, wie wir sie jetzt kennen und und zwar ist zum Beispiel in der anderen Dimension die Signalfarbe, die wir als Rot kennen, alle Stoppschilder und Achtungsschilder sind fettrot, diese Signalfarbe ist in dem anderen Universum aber blau, also alle Stoppschilder sind blau und ich fand diese Frage einfach auch mal witzig, wer ist denn überhaupt darauf gekommen, dafür mal Rot auszuwählen, also irgendeiner kam mal auf die Idee, die Signalfarbe ist Rot und das hat die ganze Menschheit so hingenommen und in diesem Universum ist halt jetzt echt derjenige, um den sich so alles dreht und angelt und was halt ein großer kritischer Punkt ist, ist, dass die Rassentrennung nie aufgehoben wurde in dieser alternativen Welt und echt der vorher ein sehr normales und wie ich finde auch ein sehr ignorantes Leben führte, also so ein Leben wie auch ich, ich schließe mich damit ein, was mit Football, Verliebtsein und Teenagerproblemen gefüllt war, der muss plötzlich diese andere Welt wieder ins Lot bringen und ja, wieder gerade rücken quasi und dabei stolpert er auch über ein paar Geheimnisse und Offenbarungen die auch ihn selbst betreffen und das finde ich auch ganz spannend, denn wenn man den Blickwinkel einfach mal ändert, ändert sich vielleicht auch in einem selbst etwas und das fand ich sehr, sehr gut hier drin gemacht und sehr gelungen. Es ist ein Jugendbuch, ja, was auch irgendwo großen Spaß gemacht hat. Ich habe dem Buch vier Sterne gegeben. Es werden sehr, sehr viele wichtige Themen in dem Buch angesprochen und aufgegriffen und mir ist beim Lesen auch bewusst geworden, wie ignorant und verschlossen ich in manchen Thematiken auch selbst bin. Also, ich will nicht nur mit dem Zeigefinger auf echt zeigen, ich bin auch echt. Also, in Teilen können wir, glaube ich, alle noch irgendwo etwas an unserem Verhalten und an unserer Sichtweise tun. Das fand ich schön, wie hier damit umgegangen wurde, weil man doch selbst ja auch dazu neigt, Dinge einfach hinzunehmen. Das war schon immer so, dann ist das halt so, diese Denkweisen. Und das fand ich interessant, dass wir die hier Stück für Stück aufbrechen. den einzigen kleinen Punkt, den ich abziehe, ist, weil ich zeitweise sehr verwirrt war beim Lesen, weil sich diese Welten ineinander verwirren. Und ich wusste manchmal nicht, wo befinden wir uns gerade, in welcher Welt befinden wir uns gerade. Also, ich hatte so ein bisschen Probleme bei der Orientierung, aber die Geschichte an sich fand ich mega gut. Jetzt war von einer Autorin, wo uns das erste Buch so gut gefallen hat, und zwar von Bryn Greenwood, Unser leichtfertiger Eid, aus dem Fester Verlag. Das Ganze hat 544 Seiten und ist ein Must-Read, könnt ihr also überall kaufen, wo ihr möchtet. Und in dieser Geschichte geht es um den autistischen und schizophrenen jungen Mann Gentry. das weiß man aber zuerst gar nicht. Ich finde aber wichtig, dass man das weiß, denn sonst kann ich mir vorstellen, dass die Geschichte nach 10 Seiten abbricht, weil man einfach nur denkt, was ist das denn hier? Also ich hatte es anfangs unheimlich schwer, bis ich mir ein paar Rezis angeguckt habe, unter anderem auch von Chrissy, also Chrissy, vielen Dank, durch deine Rezi habe ich es dann weiter in Angriff genommen, weil ich so ein bisschen Verständnis für ihn dann auch hatte, nachdem ich wusste, dass das autistische Züge sind. Das war mir so nicht bewusst und bekannt, dass das solche Ausarten nehmen kann, also Ausarten aus, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, solche Dimensionen annehmen kann, also das war mir fremd, was jetzt nichts heißen soll, aber ich konnte es einfach nicht einschätzen, ich wusste gar nicht, wie ich Gentry einschätzen sollte. Ja, er bekommt nämlich von Stimmen gesagt, also von einer ganz besonderen Stimme besonders, dass er auf Lady Sorsa, so nennt er sie achtgeben soll und sie beschützen soll und darauf legt er einen ritterlichen Eid ab und er ist in Gedanken in seiner Welt ein Rittersmann und so spricht er auch mit den Stimmen und so spricht er auch mit sich und so spricht er auch mit den Leuten um sich rum und das machte es mir anfangs doch etwas schwer den Kerl einzuschätzen und diese ganze Situation einzuschätzen ich fand das sehr spooky und skurril am Anfang sie hat halt also sie ZEE so ist ihr Name und das ist die Abkürzung für Sorsa und sie fühlt sich anfangs sehr von ihm verfolgt und denkt sogar er wäre ein Stalker und das kann ich oder da konnte ich sie auch gut nachfühlen anfangs hat er sich schon sehr seltsam verhalten und hat ihr nach Arztterminen aufgelauert und war ständig irgendwie in ihrer Nähe konnte ihn gar nicht und also ganz ganz seltsam aber wir bekommen ganz schnell ja mit dass sie also ganz ganz andere Probleme hat und und zwar ihre Mutter ist schwer krank kann nicht gut für sich alleine sorgen hat auch ein großes Problem ihre Wohnung in Schuss zu halten man kann schon sagen sie ist ein Messie hat dabei sehr ungesundes Übergewicht sodass sie ja für ihr eigenes Leben gar nicht mehr verantwortlich sein kann also sie bekommt ihre eigenen Angelegenheiten nicht mehr geregelt und ist sehr auf sie angewiesen und dann ja ist da noch ihre Schwester die gerade im Gefängnis entführt worden ist also die arbeitet im Gefängnis und wurde von zwei Flüchtigen entführt mit einer Mitangestellten also zwei Geiseln wurden genommen quasi genau und da haben wir dann noch den fünfjährigen Sohn von ihrer Schwester Markus der quasi jetzt zurückgelassen von der Mutter da sitzt und um den muss sich auch jemand kümmern und alle werden auch finanziell von sie unterstützt und ja zum Teil auch gesponsert kann man so sagen ja ihre Schwester heißt übrigens Lorraine genau der Name war mir eben entfallen und dann beginnt eine ziemliche ja wie soll ich das nennen das ist schon sehr sehr abenteuerlich was dann passiert und es ist auch sehr sehr ja fast schon actionreich also schon Thriller mäßige Züge die das Ganze hier annimmt und da hat es mir dann richtig Spaß gemacht also als das losging fand ich das richtig richtig gut es kommt sie ist Onkel mit im Spiel der selbst im Gefängnis gesessen hat und auch dubiose Machenschaften getrieben hat und da kommen auch einige Geheimnisse ans Licht es ist schon fast noch so ein Familiendrama mit eingewebt und dann nimmt das ganze richtig Fahrt auf wie gesagt ich hatte anfangs große Probleme reinzukommen wegen der Rittersprache wirkte das ganze auch sehr verwirrend und durcheinander aber im laufe der geschichte nimmt das ganze ja so eine richtige wendung und wird richtig gut genau ich weiß halt bis zum schluss nicht wie realistisch die psychologischen aspekte hier behandelt wurden also jemand der da mehr erfahrung vielleicht auch hat mit diesen themen und da mehr im geschehen ist der wird das vielleicht mit einem augenrollen lesen ich weiß es nicht vielleicht ist das auch alles total logisch wie das da jetzt geschrieben wird da kann ich mir halt kein Urteil drüber erlauben ich war froh als ich dann wusste okay der Mann ist krank und dann wusste ich wie ich die Geschichte einzuordnen habe also das ja das hört sich jetzt so herablassend an so meine ich das gar nicht aber wenn ihr anfangt zu lesen und dann ist plötzlich in einer Geschichte die in der Jetzt Zeit spielt und da redet einer in Rittersprache und das ist ein erwachsener Mann ja das kriegt man zuerst irgendwie nicht gegriffen genau und dann noch ein letztes Buch und das ist auch ein absolutes Highlight also das ist ein absolutes Highlight das war auch ein Rezensionsexemplar aus dem Fischer Verlag von V.I. Schwab Das unsichtbare Leben der Adila Rue und es ist so ein tolles Buch ich habe diesen Schreibstil ich habe ihn so geliebt das ganze Buch hat 592 Seiten und es geht um die junge Adila Rue die 1714 von ihren Eltern zwangsverheiratet werden soll mit einer guten Partie mit einem reichen viel älteren Mann und Adi kann sich damit nicht anfreunden sie kann sich nicht mit dem Gedanken anfreunden einen Mann zu heiraten den sie kaum kennt den sie nicht liebt und dieser Wunsch ein selbstbestimmtes Leben zu führen von diesem ist sie so getrieben dass sie eines nachts dann davon läuft und in den Wald läuft um einen Pakt mit den Göttern einzugehen so und da ist eine Dorfälteste mit im Spiel ich meine die hieß Elsie oder Elsa das müsste ich nochmal nachlesen auf jeden Fall hat diese Dorfälteste Frau die abseits vom Dorf wohnt und auch ja so ein bisschen verrucht ist und vor der auch gewarnt wird haltet euch bloß von der Fern das ist die alte verrückte da die im Wald wohnt so und die hat Adi eine Warnung ausgesprochen dass sie aufpassen muss es gibt die neuen Götter und die alten Götter und sie muss bei den alten Göttern aufpassen mit welchem der Götter sie einen Pakt eingeht denn es gibt auch die Gottheiten der Schatten die ja den Menschen nicht wohl gesinnt sind wohl wohlwollen sind da ist das wieder mit den Sprichworten ja auf jeden Fall ja missachtet sie diese Warnung oder ihr fällt es in diesem Augenblick nicht ein sie geht einen Pakt mit einem Gott ein und hat danach ein ewiges Leben sie hat ein Leben in völliger Gesundheit also ihr kann nicht viel zustoßen sie kann nicht ernsthaft krank werden und wenn heilt sie ziemlich schnell wieder aber der Gott hat einen Kniff mit eingebaut und zwar wird man Adi vergessen sobald ein Tag rum ist oder eine Tür geschlossen ist also sobald man Adi aus den Augen verloren hat entweder halt durch den Schlaf wenn man die Augen schließt oder wenn man aus der Tür geht aus der Haustür geht und sie klingelt wieder ist das wieder eine ganz neue Bekanntschaft also sie hat ab diesem Tag hat sie ein unendliches Leben sie ist unsterblich aber sie hat niemanden mehr der sich an sie erinnert niemanden auch ihre Eltern kennen sie ab diesem Pakt nicht mehr für sie ist es so als wenn sie niemals eine Tochter gehabt hätten und das macht es irgendwie ja fast schon zu einem Vampirbuch obwohl es nicht zu Vampiren geht weil dieses unsterbliche Leben das bringt für mich immer so eine tiefgründige Thematik mit sich und genau die hat wie ich Schwab hier aufgegriffen genau auf diesen Gedanken ist sie aufgestiegen und hat den in alle möglichen Facetten gebracht und beleuchtet dabei ist es nicht wie eine Vampirgeschichte so actionreich und laut sondern es ist eine sehr sehr ruhig erzählte Geschichte ja fast schon ja ich weiß nicht ob melancholisch aber schon sehr sehr ruhig und und besinn die selbst ist auch eine sehr sehr ruhige aber sehr willensstarke Person und das macht das Buch auch interessant denn sie hat jetzt diesen Fluch aber sie will sich nicht einfach so damit jetzt zufrieden geben sondern sie lernt mit dem Fluch zu leben damit umzugehen und sie findet auch so ein paar Möglichkeiten und Wege woran dieser Gott vielleicht nicht gedacht hat genau und eines Tages im Jahre 2014 also 300 Jahre führt sie so ein Leben und sie macht ganz ganz schlimme Zeiten mit sie macht also das kriegt man wirklich auch mit und geschildert sie durchlebt Hunger sie durchlebt Nächte ohne ohne zu Hause denn das ist auch so schwierig sie bezahlt dann eine Unterkunft und verlässt die Unterkunft nochmal für irgendetwas kommt dann wieder dahin und niemand kennt sie mehr das ist alles sehr sehr schwierig da muss man Wege finden um auch immer ein Bett zu haben denn sie kann auch nichts besitzen also nichts kann ihr gehören und 300 Jahre später trifft sie jemanden der sagt ich erinnere mich an dich nach der ersten Nacht und das ist in diesem Buch nach dem was man bis dahin schon mit Adi durch gemacht hat das war so ein richtiger Gänsehaut Moment und ab da kommt dann eine zweite interessante Geschichte hinzu ja und das hat großen großen Spaß gemacht wie gesagt es ist etwas ja für leise Töne vielleicht schon fast auch Märchen hafte Töne es hat was von einem Märchen aber ein sehr modernes Märchen und modern erzählt und das hat mir großen Spaß gemacht ja passt auch genau jetzt in diese Jahreszeit finde ich ja total gut rein und ich mag auch irgendwie das Cover ich weiß nicht so genau was es mit dieser Kugel da auf sich hat aber das ist so ich finde diese Kugel das sieht so aus wie ein abgeschlossener Raum in dem sich Adi befindet hier steht die die ganze Welt offen aber halt eben in ihrer Blase und das finde ich so interessant denn genau so ist es sie hat niemanden mit dem sie Erinnerungen teilen kann Gedanken austauschen kann über einen Witz von gestern lachen über was was gestern passiert ist lachen und das ist doch eigentlich genau das was es ausmacht und ja fand ich sehr interessanten Gedanken hat mir sehr Spaß gemacht zu lesen und der Schreibstil von wie ich war war ein Traum also die Sätze und die Gedanken die hier mit verwoben waren grandios ganz toll große Leseempfehlung so und das war es dann jetzt auch von diesem Video ja schön dass ihr eingeschaltet habt berichtet gerne mal was euch jetzt so im Herbst begleitet hat ja der nächste Lesemonat ist ja dann schon der November und der ist für mich zählt der schon mehr so als Winter Monat ja und dementsprechend hat auch das erste Buch schon eher was mit killernder Kälte und Winter zu tun was ich gelesen habe ich bin gespannt ja und freue mich euch zu berichten aber schreibt mir mal gerne was ihr gelesen habt und womit ihr euch die herbst herbstliche Zeit vertrieben habt ja dann würde ich sagen wir sehen uns im nächsten Video macht's gut bis dann tschüss